willkommen zu einem neuen produktvorstellung heute die gold rockets von agento auf das habe ich schon so lange gewartet ich habe das video gesehen von agento die erste rakete die war so fett ja hier haben einmal die drei effekte die es gibt die willow brocade und corolla sollen richtig top sein ich bin so gespannt hinten einmal die hier steht es 20 gramm pro rakete maximum in deutschland leider da wünsche ich manchmal wir werden in österreich und wo f2 und ja gibt es nicht viel zu sagen hier kommt das video dann wollen wir mal schauen was die gold rocket zu drauf haben zuerst machen wir willow dann kommt pro karte und dann corolla zum schluss oder würde ich sagen legen wir gleich mal los dann jetzt als erstes willow wollen wir schauen was die teile drauf haben sehr schön sehr edel und fetter schall kann man sagen also haben wir auf jeden fall in sich dann müsste jetzt glaube ich pro kart kommen oder nochmal wieder wir werden es herausfinden also die flasche können wir vergessen immer schön aufpassen immer schön aufpassen das war jetzt mal ein fehlzünder so was kann passieren nach dem fehlzünder den schock verdauen und jetzt kommt brocade lieber ein bisschen weiter zurück nicht dass sie nochmal durchsündet echt sehr schön lange steht zeit auch man 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 sehr schön echt sehr zu empfehlen vor allem auch preis leistung macht man echt nichts verkehrt jetzt kommt die nächste hoffen wir keinen fehlzünder man 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 echt schöne teile und sehr edel jetzt kommt die corolla wollen wir mal schauen was der feck uns zu bieten hat hoffentlich keine fehlzünder wieder oder durchsünder wie es heißt sehr schön mit dem klitzern vor allem wie lange auch es anhält was blättert immer noch echt sehr edel also da merkt man echt einfach mal die funkelqualität der merkt man einfach die funkelqualität so jetzt kommt die nächste jetzt die letzte noch mal corona man 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 es schöne teile also einzig kreditpunkt die ausbreitung könnte ein bisschen besser sein vielleicht noch ein bisschen heftiger es wäre aber schon echt eins plus 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 dann aber ansonsten echt tolle teile sehr edel lange standzeit also man kann sagen geile teile außer der fehlzünder aber ansonsten schöne teile dann würde man sagen wenn euch das video gefallen hat lasst gerne eine bewertung da einen kommentar nicht vergessen aber wäre auch ganz schön und dann sehen wir uns bei den nächsten raketen dann sehen wir uns bei den nächsten tim ja dann sehen wir uns bei den nächsten Hoofn und dann sehen wir uns bei den nächsten